Also wir sind heute dabei, einen Imagefilm für unsere IT zu drehen, für die IT der Bundesbank, weil wir das große Problem haben, dass ganz viele Leute mit der Bundesbank IT nicht wirklich in Verbindung bringen. Wir machen eigentlich noch alles selber. Es gibt eine ganz große Themenvielfalt, eine ganz große Produktvielfalt. Man kann bei uns in der IT eigentlich alles machen. Bei der Filmidee wollen wir eigentlich zeigen, dass bei uns ganz normale Menschen arbeiten, mit ganz normalen oder vielleicht auch schrägeren Hobbys, aber einfach uns nahbarer zu zeigen und zu zeigen, dass hier bei uns sehr nette und unkonventionelle Menschen in der IT sind und vielleicht nicht ganz so dröge, wie man das sich bei einer Institution wie der Bundesbank generell vorstellt.